Ich bin Leon Schwedger, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Stade und mache zurzeit eine Ausbildung als Betonpumpenmaschinist. Die Berufsschule ist im Blockunterricht aufgeteilt und die Ausbildung geht drei Jahre. Dann machst du noch danach eine Qualifizierung als Betonpumpenmaschinist. Bei mir war das so, ich wollte nicht nur LKW fahren, sondern ich wollte auch noch was anderes dazu machen und dadurch kam ich halt dann zu der Betonpumpen. Meiner Meinung nach sollte man Interesse an größere Maschinen haben, dann sollte man teamfähig sein und sehr wichtig ist die Pünktlichkeit. Der Ablauf ist folgendermaßen, wir bauen die Maschine auf, dann erbetonieren wir und sobald wir fertig sind, machen wir sauber und fahren dann wieder ins Meer. Also unserem Azubi kann ich nur raten, dass er hier die Ausbildung auf jeden Fall durchzieht, weil ich weiß, dass hier jeder Auszubildende, der die Ausbildung erfolgreich beendet, auch übernommen wird. Er hat hier einen sicheren Arbeitsplatz, hat nachher seinen Tariflohn. Mein persönliches Highlight war, dass ich eine Baustelle mal selber betonieren durfte mithilfe und da war ich gerade erst zwei Monate dabei. Richtig Spaß bringt mir auch, dass ich mal größere Baustellen habe, wo ich auf dem Dach bin und eigentlich einen sehr weiten Ausblick habe und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Als Azubi wirst du sehr gut betreut, du hast regelmäßig Kontakt zu den Ausbildern und mit den Betonmaschinisten. Das Arbeitsklima ist sehr gut, ich bin sehr gut aufgenommen worden, die Arbeitskollegen waren sehr nett zu mir, das hat eigentlich sehr gut geklappt. Wir freuen uns stets über neue Kollegen und wenn wir dich überzeugen konnten, dann scheue dich nicht, bewerbe dich bei uns und du wirst bei uns mit Sicherheit gut aufgenommen.